hallo und moin moin hallo und herzlich willkommen es geht weiter mit arg hallo und moin moin genau so ich werde mal ganz kurz paar klamotten wegpacken die brauchen wir gleich die brauche ich eigentlich nicht ich könnte einfacher nehmen weil ich gerade nehmen wir machen das anders 23 da für die jacke zwei tauchgeräte ich muss mal gucken wo ich die habe eine abrunde werde ich noch mitnehmen davon brauchen wir auch nicht alle das war hier hier sind sie doch da passt das doch hin ich glaube wir haben keine sperrbolzen da kommen wir erst mal nach dem polymer sie mal lieber zu dass wir den recycler kriegen ja da bin ich doch bei gar nicht dann gehe ich dafür dass das immer so lange dauert polymesser schon wieder aus so weiter wie das ist wenn du weißt dass du langsam da bist du schneller machen ich will gerade gucken ja der braucht immer noch so viel polymer uns fehlt das zement wir haben nicht genug zement etwa zwei bis 300 bräuchte ich noch genau das ist ja gleich wenn er durch ist weil das polymer haben wir nämlich bald genau polymär ist gleich voll und zement wären dann ja gar nicht mal so viel knapp 100 die wir noch brauchen könnt ihr noch mal eure mörser durch suchen ob da noch was ist ich guck gleich doch mal durch weil dann kriegen wir den nämlich wirklich mal fertig ich mach den mal aus kleinerer auch vier stück kleiner vier eine zwei drei vier so zerkleiner gut polymär haben wir genug ich brauche genau 102 zement noch dann haben wir es dann haben wir es ich könnte ja noch mal kurz um die ecke segeln wie schaut es in euremörsern aus ich bin noch nicht ganz durch kleinen moment mein langhaariger freund gut dann gehe ich noch mal und ich laufe einfach mal im strand ab quatsch hier lang ich könnte auch mein bari mitnehmen einer kommt du musst dich bewegen du bist zu faul ich muss da ein bisschen leveln ich muss da ein bisschen leveln so komm ich nur am strand spazier gehen und ist hier was ja schnell bist du schon Anna weggefressen ich bin schneller als du ey kommst du mal zurück mit deinem kadavervieh mann das ist ein ganz tolles tier oh 126 20 ein ei carbonemis ist leider nicht linksig so ich habe auch noch 1 60 cement soll ich die oben in den In meinen Mörser, in meinen Mörser, bitte. In den linken, ganz linken. Ich guck mal gleich, dass wir das in den Ofen kriegen. Komm. Ich komme gerade da runter. Das könnte reichen. Ich muss gerade gucken. Oh, da wettet mir mit dem Schwanz am Ohren. So. Ach so, das passt es an. Nein. Nicht? Nein. So, 63, 64. Könnten wir hier nochmal? Wie viel kriegen wir denn da raus? 16 Uhr leider. Mal gucken. Das ist jetzt langsam ein bisschen... 15. Das wären dann 15.30 Uhr, 31. Tust du bei mir in Mörser, die ganz linken? Bitte? Ich bin unterwegs, mein langhaariger Freund. Ja, du kurzhaariger Freund. Ist gut. Wie bist du denn? Ach, Nummer 4. Bleib schön da, du. Ups. Kommt ja nicht mit raus. Ups. Ah, da ist das Ding. Vielleicht kriegen wir doch ein bisschen Zement. Aber Material kriegen wir gar nicht aus diesen Blutkisten, ne? Das ist ja das seltsame, hatten wir ja letztes Mal schon angesprochen. Ja, Zündpulver. Lass das arme Tierenruhe, du. Böser du. Der linke Mörser? Ja, ein ganz links der. In dem U-Strand. Ganz links sind zwei, der hintere oder der vordere? Von den beiden ist egal, du kannst ihn, du kannst beide nehmen. Sind beide, sind beide für, äh, für Dings. Oh, da ist die Schildkröte. Die holen wir uns jetzt. Ich hoffe, mit dem richtigen Werkzeug. Axt. Jo, hab ich eine Hand. Sechs Keratin, wunderbar. Schon mal wieder weitere sechs. Oh, da drüben ist was Metallisches. Ach, falsch. Halt, du bist wichtiger. Komm doch, komm doch. Ja, komm. Warte auf dich. Haha. Au, wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Oh, hast du prima gemacht. Ah, da, sehr schön. Zack, weggebissen. Ja, kampfstark ist meine Anna inzwischen schon. Ich glaube, eure sind bestimmt kampfstärker, oder? Ich guck mal, ob hier noch ein paar sind. Haha, über den Hai weggehüpft. Mit der Todes. Ich guck mal, ob der Todes mit dem Tudor ist. Ich guck mal. Oh, da hat er tut. Oh, da hat er tut. Oh, da hat er tut. Ja, ein toter Fisch. Jetzt ist er tot. Er hat es nur noch nicht gewusst. Warte mal, da hinten sind glaube ich Schildkröten. Das ist so eine Stelle, wo öfter Schildkröten sind. Ich hoffe, dass es da welche sind. Kommt hoch da. Ja, die sind friedlich, die haben nichts. Ab ins Wasser. Trotzdem konnten die uns ein bisschen Keratin abgeben. Guck mal her. Guck mal her, da geht Keratin. Jo, sechs Keratin. Guck mal her, du Tritze. Noch mal sechs. Nee, diesmal habe ich keine gekriegt. Ey, was willst du denn, du Klauer? Du kommst hier zu da. Jetzt kommt es aber zwischen. Oh, das war der aber nicht. Ist der schon tot, oder was? Wer hat denn meine Flasche wieder? Hast du schon gedacht, wenn meine Flasche klauen? Weißt du, die klauen nämlich immer. Moment. Ganz kurz, ein bisschen. Ach man, bitter nix. Ich muss das irgendwie mal anders machen. Ich muss sie doch tot schießen. Und dann ernten. Was kriegen wir denn hier Schönes? Ey, nicht abhauen, du blödes Ding, du. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein paar Schildkröten finden. Nee, wenn man die Viecher sucht, dann kriegt man sie nicht. Hm. Okay. Ah, doch, bin ich versteckt. Das ist ja wohl nix, ey. Guck, guck. Oh, kommst du? Komm. Platsch. So, und ernten. Keratin. Keratin, 42. Aha, er ist tot schießen. Dann drauf wo Marken. Warte, warte, nur ein Weilchen. Dann kommt ein Wanderer auch zu dir. Mit dem kleinen Akte Weilchen. Macht er Schabefleisch aus dir. Warum habe ich auf einmal das Bedürfnis zu kotzen? Das ist doch lustig. Guck mal, wie ich lachen kann nur. Da habe ich gerade über mich selber kringelig. Ich glaube, wir haben fast genug. Wir könnten versuchen, zurückzugehen. Dann finden wir ja nur eine Shitkröte oder zwei. Oh, warte mal. Triceratops. Moment. Ich muss euch beide leider etwas erschießen. Ah. Du lebst nicht mehr. Du lebst nicht mehr. Huch. Wo bist du denn so blühen Rand? Oh. Irgendwann, jetzt habe ich auch noch geschissen. Hast du den auch gefressen? Au, das mit Tomate. Richtig. So, jetzt müsste ich wieder den nehmen oder den. Ich weiß das immer nicht. Ja, das war natürlich wieder falsch. Guck mal. Hast du den jetzt, Anna? Hast du den vernichtet? Du hast aber auch einen echten Appetit. Ja, wa? Dabei frisst du doch gar kein Fleisch. Das ist doch... Das musst du doch nicht bei dir rumschleppen. Kannst du mir geben. Was haben wir denn noch? Geschwindigkeit? Könnten wir noch ein bisschen erhöhen. So. Komm. Geht los. Na ja, solange man über sich selbst klare kann, ist doch alles gut, oder? Ja, wie ist das? Ja, da gehen wir nicht hin. Oh, doch. Da gehen wir hin. Oh, doch. Da gehen wir hin. Was? Wer? Ja, sie. Ich hab nur grad das... Ach, wolltest du das haben? Nein. War eh nicht besonders. Es waren nur diese Figuren wieder drin. Oh, du hast mich angeditscht hier, du Böser du. Komm her. Du hast von meinem Bar gefressen. Ja. Tu gleich mit den Lederbissen, du. Moment. Ich komm gleich wieder. So, jetzt. Abtauchen. Was denn? Immer noch am Leben? Na gut. Guck mal nochmal hier um die Ecke. Altschwickeln hier rüber, das ist die Fallschuhecke. Ecke fressen. So, das hat aber nicht gelohnt. Warte mal, hier unten vielleicht, da steht da... Der ist übrigens harmlos, so ein ganzer Lieber. Der wird nur sauer, wenn man, glaube ich, auf ihn einhaut. Und die, die sind doch mal böse Viecher. Warte mal. Das sind nur Fische. Ja, die Ammoniken, die sind selten im Moment hier. Ja, die kommen auch nur sehr selten. Ah, hier ist wieder eine Schildkröte im Moment. Ja, erstmal nachladen. Ah! Oh Mensch! Du bist doch nicht tot. So. Jetzt wirst du geerntet. Au! Ah, nee, lass mich ernten. Moment. Jetzt haben wir wieder nichts dafür. Doch, wir haben was davon. Schön. Hast du es schön gemacht. Hat du gut gemacht. Ja, aber man muss die kleinen doch auch ein bisschen loben, ne? So, nachladen. Und... Jawohl. Wie viel habe ich denn jetzt? Na, Mensch. Oh, 114 davon. Oh, das ist doch gut. Das könnte reichen. Guck, wir reiten nach Hause. Oh, das ist so eng hier. Oh, warte mal, da ist Öl. Das nehmen wir doch glatt mit. Mann, das war Wandsprung. Das werde ich gleich mal mitnehmen. Öl war aber mit der Hacke, ne? Ja. Wasseröl. Hier war noch eine Luftblase, noch so eine aufsteigende... Ja, ich glaube, ich gehe erstmal... Ich bin hier nicht auf Wasser vorbereitet. Komm, wir wollen durchs Tor. Ja? Komm, einer. Wo ist eigentlich das Krokodil? Ach, da hinten. Okay. Die haben wir schon. Okay. Gut, dann werde ich jetzt mal schauen, dass wir die restliche... ...Zement bekommen. Geht mal weg, ihr Beunen. Mono. Öl. Komm, rückwärts einparken. Porken. Oh, so. Komm, gib mal her. Was hast du denn? Ja, das sieht doch alles gar nicht schlecht aus. Sind wir auch mit rein? Mario, nicht zu fressen, nur Fisch. Auch Kühlfleisch. So, mal schauen, wie viel wir hier haben. Hier sind zwei drin, dann halbehe ich das jetzt schneller. So. Ja, das könnte sogar reichen. Ich finde auch im Moment kaum Tech-Saurier. Doch, ich mache immer mal einen weg. Ich habe auch gerade einen eingesammelt. Ich habe laut diesen Element Staub gekriegt. Platine? Nee, habe ich gar nicht. War doch einer vorhin. Naja, doch, als ich da rausgeritten bin. Was ist denn das andere jetzt? Hä? Ach, hier. Okay. So, dann machen wir das. Wie sieht das hier jetzt aus? Hier wird es simpler. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Im schlimmsten Fall muss ich nochmal los. Das wäre natürlich auch nicht so toll, ey. Gut. Jetzt hat mir doch noch ein Vieh wieder mein GPS geklaut. Dann gibt es sowohl nicht. Ja, wieder. Wenn ich die sehe, haue ich sie immer gleich tot. Hast du das immer auf der Null liegen oder wo? Nö, würde ich nicht auf die Null machen. Da würde ich irgendwas anderes hinschmeißen, was unwichtig ist. Das ist zu teuer. Das ist so wertvoll. Ähm, wie viel haben wir denn jetzt? Ein bisschen kleinerer. Ah, 102 brauchen wir noch. Gut. Das könnte ganz knapp funktionieren. Ja, 600. Das ist schlussbar. Okay. Das packe ich jetzt erstmal hier mit rein. Das könnte man auch hier lassen. Moin, die Güter. Was sind das für Radau da unten? Ja. Jetzt steht er vor meiner Tür und brüllt euch die Haustür an hier. Ja. Du schreckst ja meine ganzen Tiere, Mensch. Das ist wieder real. Schmeiß runter das Zeug, wenn du was hast. Der ist aber auch furchteamflößend. Jetzt sehe ich nur nicht wo. Oh. Ah, warte mal. Oh ja. 18 nochmal. Danke. Weil ich hinten die Mörser schmeiße. War das nur die 18? Ja. Gut. Nicht, dass ich da die Hälfte rein lasse. 92 habe ich hier jetzt. Oh ja, das passt. Ich glaube, wir haben genug. Ja, wir haben genug, Leute. Super. Danke. Klasse. Das müsste genug sein. So. Der Zerkleinerer. Jawoll, wir können den bauen. Perfekt. So. Jetzt müssen wir nur einen Plätzerpfiff finden. So, das kann aus. So stellen wir den ja mal hin. Mal gucken. Eigentlich könnten wir den hier gegenüber hinstellen. Dann kann man das Zeug mal gleich in den Fabrikator schmeißen, ne? Das wäre doch gar nicht so schlecht. Ne. Machen wir hier drüber. Hier so hin. Dann machen wir da noch ein bisschen Mauer drum und dann passt das schon. Passt das? Oh, das ist zu nah am Rand. Moment. Nein, nein. Äh, ich wollte... Ach, ne. Jetzt geht es nicht mehr wegzunehmen. Okay. noch mal ein paar spende aus dem schrank platten können wir einmal ob man da auch in hola rein stopfen können der hat wieder böse absichten ja klar die arme oder die muss immer leiden hier aber warte noch einen moment ich muss noch benzin holen glaube ich habe noch nicht genug erstmal aus der schmelze rausnehmen oder aus dem grill das mache ich gleich sonst komme ich durch den tüttel hier mache ich jetzt noch mal was dahinter es müsste eigentlich auch so gehen aber ja steine gehen hier nicht mehr deswegen also blöcke meine ich 1 2 3 4 ist zu reichen ja können wir hier nämlich auch paar schränke hinterstellen genau hier passt doch so jetzt gucke ich noch mal runter ich noch ein paar schränke habe oder wenn ich erstmal einen oh ja drei stück können wir dahin stellen das ist mit wände holz wand eine so stellen wir denen könnte daneben stellen einer reicht erst mal passt das so passt doch so geil passt schon genau so jetzt packe ich die da rein und die das sind meine skorpione finger da weg die vernasche ich alle weg will da einer deines skorpione ok jetzt brauche ich aber etwas benzin jetzt gucken wir mal wie viel wir hier drin haben müssen wir natürlich mehr das ist nicht mehr genug ich muss benzin machen was haben wir denn hier noch oh hier ist massig sehr schön dann machen wir gleich eine halbe weg so einer wie sieht das hier mit benzin aus ich glaube den ofen kann man ausmachen da könnte man doch so eine räucherkammer rein stellen aber wir wollten noch eine höhle besuchen ja aber in dieser aufnahmesichtung haben wir gesagt es gibt ja so eine komische person die nicht in die püschen kommt ich kann doch nichts dafür dass ihr das material nicht beibringt tja wie bei ich hier ja klar immer du du bist der baumeist so andi das wird ja zerkleinert hier das ist zerkleinerung das wird zerkleinert so jetzt schalten wir ein drücken wir auf alles schreddern und dann haben wir ein paar steine ein bisschen holz feierstein wenn wir glück haben kriegen wir manchmal sogar etwas keratin raus ausmachen und jetzt hole ich noch mal ganz viel hoch und dann schreddere ich das mal eben durch das geht auch relativ ich hab auch gerade was geschreddert wieso was hast du geschreddert ein paar dinos ein paar dinos ach ein paar dinos ok skorpione gegen mir stürzflug nimm das weg wo bist du denn das ist skorpione siehst an der schneegrenze ach da oben ok ja da müssen wir auch gleich hin ich will nur mal ganz kurz noch ein paar sachen schreddern dann kann ich die schränke freiräumen und da können wir eigentlich in die höhle dackeln weil wir haben ja schon wieder 29 minuten sehe ich gerade müssen schon wieder dann machen wir das jetzt gleich im nächsten video würde ich sagen dass wir da mal hingehen und ein bisschen so ihr lieben dann dürfen wir uns schon wieder von euch verabschieden wir sagen einmal tschüss macht gut viel spaß mit einem was sie tut vor allen dingen wenn ihr gut ist gut gut werden däumchen für unten abo glöckchen liebe nette kommentare konstruktive sachliche kritik dafür habe ich euch dann auch ganz lieb und wir sehen uns in den nächsten folgen wieder also tschüss 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 und vielen dank für abo like die glocke tschüss 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 tschüss